Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute möchte ich über Eiweißbrot reden. Ich habe sehr viele Anfragen diesbezüglich bekommen und ja, das Eiweißbrot ist in den letzten Monaten auch sehr populär geworden. Der Ursprung lag bei dem Eiweißabendbrot und mittlerweile hat es fast jeder Bäcker und sogar die Discounter haben es. Und ich habe hier vom Aldi zum Beispiel das Eiweißbrot und zwar habe ich gemerkt, dass das Eiweißbrot auch von Region und von Ort sehr unterschiedlich ist. Das heißt hier, das ist ein sehr regionales Eiweißbrot. Also ich gehe da stark davon aus, dass die Bäckereien hier regional mit dem Aldi zusammenarbeiten. Und was ich als erstes sagen will und was mir als allererstes aufgefallen ist, ist die Zusammenstellung. Und zwar besteht es hier 20% aus pflanzlichen Eiweiß, also Weizen, Soja, Lupine, 12% Soja, also Schrotflakes, dann 9% Leinsaat und so weiter. Was hier sofort ins Auge fällt, wenn man auf die Nährwerte schaut, dass das Eiweißbrot sehr, sehr eiweißreich ist. Wir haben hier 26 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Damit können sehr wenige Lebensmittel mithalten. Und zwar könnt ihr höchstens ein Rumsteak, Graben oder ähnliche Fische, Thunfisch zum Beispiel, mit so einem hohen Gehalt mithalten. Zudem hat man hier echt wenig Kohlenhydrate. Wir kommen hier auf 5 Gramm pro 100 und wir haben hier einen Fettgehalt, der natürlich höher ist. Das muss ja irgendwas Geschmack abgeben. Kommen wir hier auf 15% und trotzdem haben wir einen hohen Ballaststoffanteil von 8%, also 8 Gramm auf 100. Und was das Besondere hier ist, die verschiedenen Bestandteile will ich jetzt mal aufgliedern. Wir kamen am Anfang auf eine Kombination von pflanzlichen Proteinen, die zu 20% enthalten sind. In diesem Fall, wenn du ein anderes Protein pro Tast hast, kann es gut sein, dass hier die Werte unterschiedlich sind. Das heißt, du kannst mehr Kohlenhydrate enthalten haben oder vielleicht weniger Fett. Also das hier ist ein Richtwert von dem Eiweißbrot, das ich vom Aldi Süd habe. Und was natürlich hier zu beachten ist, wir haben hier als allererstes Weizen als Eiweißquelle. Weizen hat natürlich keine hohe biologische Wertigkeit. Das heißt, wenn man es mit einem Vollei vergleicht, sind diese Aminosäuren im Ganzen nicht so ähnlich wie das Vollei an sich. Aber trotzdem sind alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Außerdem hast du natürlich Soja enthalten. Bei Soja bin ich in letzter Zeit sehr skeptisch geworden. Ich habe mir einige Berichte angeschaut. Es soll unter anderem Krebs fördern, soll zu Alzheimer führen. Ich will mich da komplett raushalten. Ich habe unterhalb des Videos einige Seiten, wo ich Informationen darüber zeige. Wenn du dir dann deine Meinung bildest, das ist dann immer noch deine Sache. Ich sage nur, ich bin skeptisch geworden. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, was ich von Soja halten soll. Weil natürlich auch das meiste Soja genverändert ist. Und zuletzt haben wir Lupine enthalten. Lupine ist eine Pflanze, die in Südamerika gewachsen ist und mittlerweile hier in Deutschland wächst. Und Lupine haben eine ähnliche biologische Wertigkeit wie Weizen. Also wir kommen hier auch auf 60, jedoch eine andere Struktur, die eher dem Soja ähnelt. Also Soja hat ja eine biologische Wertigkeit von über 80. Und wenn man diese drei biologischen Nährstoffe kombiniert, das heißt Weizen, Soja und Lupine, kann man natürlich die biologische Wertigkeit erhöhen. Das heißt Aminosäuren, die vielleicht in einem Nahrungsmittel nicht so hoch enthalten sind, kann man durch die Zugabe eines anderen Nahrungsmittels erhöhen. Das ist hier interessant, das heißt obwohl Soja an sich nicht so eine hohe biologische Wertigkeit hat, wie beispielsweise Milch oder Vollei, ist diese Kombination trotzdem interessant. Genau, außerdem sollte man natürlich wissen, dass so ein Brot auch ordentlich an Kalorien hat. Du kommst hier auf 100 Gramm bei 277 Kalorien, das heißt die ganze Verpackung hier, diese 400 Gramm haben über 1000 Kalorien. Das heißt du solltest natürlich auch wissen, ob du überhaupt dieses Sojabrot, also dieses Eiweißbrot in deiner regelmäßigen Nahrung benötigst oder nicht. Denn es ist auch so, dass Milchprodukte besser dazu beitragen, den Muskelaufbau und die Fettverbrennung zu fördern. Es gab da auch schon Studien drüber, wo bei der gleichen Menge an Soja und der gleichen Menge an Milchprodukten, bei Milchprodukten gleichzeitig ein besserer Muskelaufbau und eine bessere Fettverbrennung stattgefunden hat. Ich persönlich empfehle das Eiweißbrot vor allem bei Low Carb Ernährungen, das heißt wenn man sehr wenig Kohlenhydrate isst und einen wirklichen Hunger darauf hat, mal wieder Brot zu essen, ist das hier eine Alternative. Das heißt dieses Eiweißbrot hier ist sehr luftig, hat sehr viele Kerne und durch die Kerne kommt auch der Geschmack. Wenn man die Kerne wegnehmen würde, würde das Brot wahrscheinlich nach nichts schmecken. Außerdem solltest du darauf achten, dass das Eiweißbrot nicht übertrieben viel gegessen wird. Das ist hier eine Alternative. Wenn du eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung machst, dann empfehle ich dir vielleicht abends die Kohlenhydrate etwas wegzulassen und davon ein bis zwei Scheiben zu essen. Dadurch, dass dieses Eiweißbrot hier sehr weich ist, ist es natürlich schwierig hauchdünne Scheiben zu schneiden. Das heißt hier werden die Scheiben auch etwas größer. Wenn du das Eiweißbrot isst, empfehle ich es dir vor allem mit einem fettarmen Streichkäse, sagen wir um die 5% und zusätzlich wäre es natürlich am besten, wenn du Schinken oder Thunfisch oder irgendwas Fleischiges mit einkombinierst. Denn dadurch kannst du nochmal die biologische Wertigkeit steigern und je höher die biologische Wertigkeit ist, desto besser kann der Körper ja laut der Theorie es umwandeln. Also hier wäre es natürlich am besten Pflanzliches mit fleischlichem, mit tierischem Protein zu kombinieren. Insgesamt kann ich sagen, dass es jeder selber wissen muss, an sich ist an diesem Eiweißbrot der einzige Haken das Soja, wobei das natürlich zum höchsten Teil vorkommt. Du hast natürlich hier noch Sojaschrot, die biologische Wertigkeit ist hier auch ungefähr bei 60. Das heißt, wenn du mit dem Thema Soja klarkommst und hast dich informiert und sagst, ich finde Soja gut und ich kann nichts dagegen erkennen, dann ist das Eiweißbrot für dich eine gute Sache, eine sehr gute Alternative, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Das Brot schmeckt gut, man kann nichts dagegen einwenden. Natürlich schmeckt es nicht so gut wie das Brot beim Bäcker, muss man ganz klar sagen. Es gibt hier schon einen geschmacklichen Unterschied. Wenn du dich etwas in das Thema Soja eingelesen hast und skeptisch bist und sagst, nee, also mit dem Thema Soja will ich eigentlich nichts zu tun haben, dann solltest du natürlich eher die Finger davon lassen. Aber ich will hier keine Meinung manipulieren. Das solltest du dir selber durchlesen. Unterhalb des Videos habe ich ein paar Links mit beigefügt. Ich hoffe dir jetzt mit dem Video etwas geholfen zu haben. Wenn du noch mehr Muskelaufbau-Tipps von mir haben willst, kannst du auf natural-bodybuilder.de gehen oder besuchst mich auf facebook.com-flavioni. Dort habe ich eine kostenlose Aufbau-Shake-App. Und wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, dann kannst du mich auch abonnieren. So bekommst du regelmäßig die neuesten Videos. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut, dein Flavio Simonetti. Musik 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 Musik